hallo youtube hallo mitspieler herzlich willkommen zurück hier bei nick frei zockt pressenarchitekt in der alpha 27 wir sind dabei und wollen weiter hier unsere ganzen aufgaben der to do liste abarbeiten als nächstes würde ich persönlich gern hier den gefängnisblock bauen der 15 kapazität hat also eigentlich hat er meist 16 kapazität aber es steht man muss mindestens 15 haben und deshalb naja 15 so wie gehe ich das am besten an gute frage wo baue ich den hin nach unten nach oben nach hinten ich glaube nach oben wäre nicht schlecht müsste ich die tür hier dauerhaft öffnen ich weiß nicht dann ist der personalweg so ein bisschen also besser nach unten machen was nach unten so das ist auch mies aber wurscht jetzt ziehen was durch geld haben wir ja genügend so machen wir mal bis hier dann würde ich sagen einrichten demontieren machen wir mal den zaun da weg oder macht er den schon weg nehmen muss gebäude reine abreißen so das hier weg betonboden machen wir das einfach mal so passend zu meiner aufnahme juckt mal wieder meine nase ich finde das immer super aber ich habe eine allergie gegen ein mikrofon immer wenn ich aufnehmen will juckt meine nase so machen wir unten mal das gedöhnt so weg hier was wir da in ruhe bauen können das problem ist wir können doch nicht einfach eine lücke reinschlagen jetzt wir müssen jetzt ganz genau gucken wie wir das jetzt machen wenn ich jetzt hier ein gebäude baue und macht vorher den zaun weg dann können die hier einfach rausrennen die leute und das machen die dann auch so die acht schlafen für zwei hätte ich noch platz dann ist schicht im schacht irgendjemand hat gesagt mach doch mal übergangszellen so mit zwei drei betten so als zellen es funktioniert nicht dann habe ich so viel übergangszellen die stecken da zehn leute rein in die ast beste und die haben dann keine betten und dann geht alles drunter und drüber das funktioniert nicht eine übergangszelle ist so was wie eine übergangszelle keine richtige zelle so haben die hier schon gemacht nee haben die nicht fehlt doch noch was hier hier riesenbauauftrag gegeben warum machen die das denn nicht ach die schleppen das außenrum die helden hätten doch hier durch genau egal wo rennen die jetzt lang ach die machen da unten das gebäude weg ich muss mir besser marken was für aufträge ich erteile so wir machen momentan richtig kräftig miese deshalb brauchen wir dringend einen zellenblock dann können wir nämlich mehr gefangene aufnehmen wir machen einen betonbau der muss wenn ich das richtig in erinnerung habe 12 oder 13 breit sein ok wir planen es noch mal wie baue ich denn überhaupt baue ich denn hier ran ist das hier mehr die mitte wird oder baue ich das hier richtig drunter fragen über fragen also wenn ich glaube drei felder innen brauche ich noch da war was ja drei felder innen brauche ich so viel steht schon mal fest mal gucken wie weit wir das hier treiben können ich will nicht ganz bis ran an die grenze hier so grad mal gucken wende hierzu da machen wir eine tür rein so und dann hätte ich hier eine tür dann hätten wir hier eine wand sieht aus wie zellen passt jetzt ist nur die frage das sind zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf 13 14 15 16 das geht auf das ist schlecht dass das aufgeht haben wir keinen platz um eine dusche für die zu bauen also irgendwie bin ich gerade überfragt ich glaube wir bauen erst mal den zellenblock dann haben wir es mal hinter uns dann haben wir einen dann ist alles gut so die wollen wir die legen sie sowieso um den zaun machen sie glaube ich auch raus sicher bin ich mir nicht aber schauen wir einfach mal ich glaube den zaun machen die raus da können wir mal ein bisschen flotter drehen dann flitzen die schneller dann bauen die schneller dann geht schneller voran ach so eingang brauche ich noch ein großes gefängnis türchen hier vorne rein dann haben wir einen eingang sehr nice so anfangen hopp hopp und bitte macht nicht diesen zaun kaputt ich sehe schon die leute weg rennen ich glaube ich habe einen fehler gemacht bauen große gefängnis tür hier hin zum absichern ich glaube das geht schief ich glaube ich habe gerade eben großen bockmist gemacht wenn die aufstehen laufen garantiert hier runter wenn sie nicht entkommen können dann holen sie sich von hier irgendwelchen kram der reingeworfen wird dann geht es geschmuggel los mist 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 die tür muss gebaut werden ach da baut so einer boah was ein glück was ein glück so dann können wir das hier unten nämlich alles auch noch zack bum peng abschließen verbieten sagen ihr dürft da nicht hin so und dann haben wir irgendwie unter schmuggel irgendwas mit ruf du hast keine aktenkundige die eis rekrutiere gefangen und so weiter so irgendwas war hier ach du scheiße ehemaliger gefängniswächter extrem da kommt ein problem auf uns zu glaube ich wir brauchen dringendst einen hier drin der guckt dass da nichts passiert es ist äußerst gefährlich wenn man da einen ehemaligen gefängniswächter hat irgendwann wenn die das rauskriegen die hauen alles kaputt alles tot nicht gut gar nicht gut so die duschen warum geht da jetzt weg hier aufschließen das ist nicht in meinem interesse das ist äußerst gefährlich schafft dich zurück schafft dich zurück könnte mal so einer kommen nö der muss aus der dusche kommen ja es ist ein bisschen kompliziert zu bauen wenn gefangene da sind weil dann alle türen zu sind man muss aufpassen welche man wo aufmacht wie lange duschen die denn noch die sind doch sauber also sauber geht ja gar nicht die können ja ihre klamotten gleich mit waschen da drin haben die keinen hunger putzpersonal irgendjemand hat gesagt ich könnte telefone abhören wie kann ich denn telefone abhören brauche ich auch ein security dingens wahrscheinlich hallo ich will nein ich will kein billiardtisch bauen ich will ich will kein billiardtisch bauen ich will alles sehen ich gehe da unten auf das plus weil ich alles sehen will das plus zählt wohl auch nichts mehr ja für ein eimer so war das für ein eimer naja werden sie irgendwann auch wieder korrigieren hoffe ich doch wir brauchen eine sicherheitszentrale definitiv brauchen wir eine sicherheitszentrale ich bin am überlegen wo wir die bauen ich würde sagen hier wäre ein guter platz für eine sicherheitszentrale wir bauen hier erstmal betonmauer ich glaube das kommt gut machen wir hier noch eine betonmauer das kommt auch gut und dann machen wir hier äh machen wir hier noch eine betonmauer wir haben gleich alles vollgemauert ohne dass wir überhaupt wirklich ein gebäude gebaut haben so ähm und dann mauern wir hier rein so und dann kriegt das ganze hier ein personelleingangstürchen hier vorne so das gibt unser sicherheitszentrum da kommt alles rein was mit sicherheit zu tun hat ah sehr nice das einzige problem ist wir brauchen die ganzen lampen nicht hört auf lampen zu setzen das geht nämlich dann schief so die lücken hier müssen wir natürlich noch zu machen haben die mal wieder nicht gerafft so jetzt sieht schon leicht besser aus da unten liegt noch holz wir gucken ob das noch einer da hochträgt dass wir es verkaufen können die sind schon hier am bauen das ist das ist auch gut wie sieht das eigentlich aus mit unseren besuchern ah da besucherraum da kommen leute wo kommen die gefangenen kommen die überhaupt die sind gerade alle essen so da rennt schon einer da müssen wir einen drin haben der hier drin aufpasst dass da nichts schief geht und der da immer die leute rein und raus lässt ja die tür die können wir eigentlich permanent öffnen warum ist die eigentlich zu irgendwas verpasst das können wir aufmachen hier das läuft wann das jetzt ich will nichts löschen ich will dass die die tür hier öffnen können wir eigentlich mal permanent öffnen die hier können wir eigentlich auch permanent öffnen da unten ist ja gesperrt da dürfen die ja nicht rein wenn die da reingehen dann gibt es mecker ich will noch mal legen wie wir es hinkriegen das hier in betrieb zu nehmen und trotzdem für genügend sicherheit zu sorgen ich glaube wir müssen dann hier noch einen zaun bauen und dann mal einen zaun bauen und dann müssen wir hier noch einen zaun bauen erst mal so dann brauchen wir hier drin natürlich noch strom ohne strom geht ja bekanntlich nichts einmal stromleitung hier runter Geld haben wir immer noch genügend dürfte kein problem sein so dann äh wasser ziehen wir hier ab ziehen es auch hier runter so jetzt brauchen wir für die Toiletten dieser Ebene Rohre und hier auf der anderen Seite ich baue ein bisschen seltsam ich weiß ich habe früher schon mal anders gebaut jetzt baue ich halt so die sollen da erstmal ein bisschen arbeiten ein bisschen machen ein bisschen Ton die sind extrem überfordert unsere Bauarbeiter was haben wir denn hier Pipe Smalls Pipe Pipe Lampe Pipe oh Gott oh lieber Himmel gut gut äh wir müssen diese Zellen ausstatten wir brauchen ein Bett das können wir mal so hier hinstellen da stört es keinen wir brauchen eine Toilette die können wir mal so hier hinstellen da stört es keinen wir brauchen wir brauchen Gefängnistüren die müssen hier rein und wir brauchen Lampen die machen am besten hier so neben das Kopfteil so das geben wir unsere Musterzellen da hat was gepiept in dem Bett ist scheinbar was da hat was gepiept kann das mal einer prüfen ich will dass das einer checkt das ist unglaublich ich will dass irgendjemand dieses Bett hier kontrolliert ich muss das wahrscheinlich erst zur Zelle machen dass wir es durchsuchen können ist doch blöd ich würde es gerne jetzt schon untersuchen äh ok wir machen das ganze hier zur Zelle den Raum hier zur Zelle den Raum hier zur Zelle dann gehen wir sofort hier in die Stationierung rein und baren das hier alles so dass da keiner rein gebracht wird ja naja schon sind Gefangene nämlich hier drin und das will ich nicht ah scheiße oh oh ich hab Funk gehört ging da was? geht da was? gibt Stress? ne ok so langsam wird es hier drin hell das ist schon mal schön das heißt Strom liegt Wasseranschluss scheint auch langsam rein zu kommen wir machen Fortschritte wie viel Zellen mache ich denn? 2 3 4 jede fünfte ha 1 2 3 4 machen wir hier wieder 1 2 3 4 machen wir hier wieder 1 2 3 4 5 machen wir hier noch ich glaub das ist dann genug damit hier Wasser läuft ohne dass es Probleme gibt dann nehmen wir uns hier mal das Cloning Tool das Problem ist da stehen 8 Milliarden Kisten drin das geht mir auf den Sack Kisten und Wäschekörper ich hasse das wie die Pest wenn das in Zellen rein gestellt wird dann kopieren die das nämlich mit wenn ich Klonen mache der Klo ist angeschlossen der hier nicht oder wie doch jetzt so wir machen mal einer Razzia ist ja noch nicht so groß unseren Knast können wir noch Razzia machen alles noch überschaubar dürfte relativ schnell vorangehen gucken ob da irgendeiner irgendwas hat was er nicht haben soll ah haben wir ein Messer aus dem Verkehr gezogen eine Klinge womit man jemand hätte schwer verletzen können und er hat noch nicht mal einen Ruf das gefällt mir nicht so Klonen wir wollen Klonen wir wollen Klonen diese Zelle im Prinzip Stempeln die einfach nur immer wieder hier drunter Stempeln die einfach nur immer wieder hier drunter und wir wollen Klonen diese Zelle und wir wollen Klonen diese Zelle ach ja das Klonen Tool es nimmt dann viel Arbeit ab aber es kann auch ganz schön viel Bock misst er ursachen so dann können die Jungs hier mal Zellen bauen wie sieht es hier oben aus alles fit aber da gibt es Stress oh unser Sicherheitsbüro ähm Räumer Sicherheitsbüro ich glaube wir brauchen hier noch ein paar Wände 1,2,3,4,5 machen wir hier eine Wand hin 1,2,3,4 machen wir hier noch eine Wand hin so dann brauchen wir hier noch Türen und zwar hm eine schwere Gefängnistür machen wir hier rein ich würde hier fast eher sogar eine automatische nehmen aber wir machen hier eine schwere rein und machen hier auch eine schwere rein ich bin sogar am überlegen euch die Personaltür hier austauschen oder gegen eine schwere Gefängnistür demontieren ah ja die Bauarbeiter heilos überfordert wegen meinen ganzen 8 Milliarden Aufträgen die ich hier verteile und am Schluss machen sie nichts so die sind ja sehr stark kontrolliert hier das ist auch gut so wir schreiben Sicherheit extrem groß aber äh unsere Bauarbeiter könnten langsam mal hier na super da wird schon wieder Kram geschmuggelt kriegt zu viel bau doch mal die Tür aus unser Lager läuft über ihr guckt euch das mal an wie es da draußen aussieht unglaublich so der baut endlich mal die Tür aus dann können wir nämlich dort noch eine Security Tür einbauen ne eine fanggestellte Tür ist mir ehrlich gesagt die ist mir zu gefährlich die können wir noch nicht nutzen da brauchen wir noch einen speziellen Sicherheitsraum für Alter was liefern die dann hier alles an Betten Toiletten Stau ohne Ende ja ernsthafte Beschwerden 6 Gefangene haben ernsthafte Beschwerden wieso das was ist denn ihr Problem was sagen denn die die Needs wo haben wir denn die Needs ich suche Bedürfnisse Erholung fehlt ich habe noch Freizeit hier Privatsphäre fehlt aber wieso fehlt Erholung okay sie kriegen zwei Billardtische auf dem Gefängnishof dann kriegen sie Erholung hört sich blöd an aber ist so ich würde am liebsten noch Fernseher irgendwo hinstellen aber das könnte ich eigentlich machen sehe ich gerade wie kriege ich da hin wo haben wir einen Fernseher so dann noch zwei Fernseher hin dann kriegen sie genug Erholung okay du kriegst dann wohl nichts zu essen oder auch doch so so seht mal zu dass hier ein bisschen mehr unnötig durchsucht wenn Alarm los geht es das nicht unnötig baut hier noch einer die Wand das sind Helden ey wir werden mittendrin auf vergessen einfach die Wand so wir machen ein Sicherheitsbüro hierher ist zu klein ich krieg die Krise es ist aber auch zu Mäusenmelken als könnte das nicht funktionieren was ich hier vorhabe ich würde hier gern mal ein bisschen mehr sehen das ist aber zum regt mich da gerade auf so Sicherheitsbüro das will ich da drüben bauen äh wo haben wir denn die Rüstkammer Rüstkammer so die bauen wir hier rein und da wollte ich eigentlich Überwachungsgerät reinbauen brauche ich seit für Überwachungsgerät jetzt auch äh und Sicherheitsbüro ne bisher konnte ich die Überwachungsgerätschaft einfach einbauen also war scheinbar auch vorbei okay so Tisch und äh Waffenständer wir haben ja noch nichts freigeschaltet brauchen auch einen Spinn sonst sieht es ein bisschen ich weiß auch nicht wie aus so äh ja jetzt fehlt hier Strom unglaublich aber wahr und äh dann brauchen wir hier warum was denn Räume Sicherheitsbüro das ist jetzt groß genug Schreibtischstuhl Aktenschrank also Schreibtisch na guck da können wir jetzt Monitore Kontrollsysteme und sonst scheiße kaufen ich muss da Sicherheitsbüros aufmachen glaube ich äh Fehler gemacht ja das war alles mal anders irgendwie ich äh bin mir da auch grad nicht so sicher wie es war aber es war mal anders so Monitor Tür Kontrollsystem Phone Tape ach du lieber Himmel so so Monitor wird gebaut Phone Tape wird gebaut da bauen wir ein Tür Kontrollsystem muss das ne das kann ich in dem Raum bauen oder da muss ich nicht vorher das den anderen komischen ich kann Sicherheitsbüro vorher machen also muss ich nicht das hier rein bauen oder das müsste so gehen so liefert und die Wand wäre schick wenn die mal einer bauen wird sag mal ey haben die die Wand vergessen kann ja nicht angehen sondern hier unten werden Zellen gebaut alles halb fertig nix geht voran Bautrupps total überfordert wegen meiner vielen Aufträge wie immer ach du lieber Himmel ich nehme schon wieder viel zu lange auf ähm deshalb ziehe ich jetzt hier mal notfallhaft den Stecker sag danke fürs Zuschauen hoffe es hat euch ein bisschen Spaß gemacht diese extra large Folge von Prison Architekt äh ja die cut ich nicht ich sag danke fürs Zuschauen noch viel Spaß auf YouTube noch viel Spaß mit meinen anderen Videos macht's gut bye bye